Dichter Nebel umhüllt die Berge in der Nähe von Sochi. Bei dieser geringen Sichtweite ist Wintersport kaum möglich. So wurden mehrere olympische Entscheidungen vom Montag verschoben, zum Beispiel im Snowboarden und im Biathlon. Der Nebel erschwerte zudem das Training vieler Teilnehmer. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die Rennstrecke zu probieren, aber die Übungsstrecke war großartig. Und ich mag den Schnee hier. Es macht Spaß, hier zu fahren. Die Zuschauer nutzen die Wettkampfpausen für einen Spaziergang durch das alpine Ski-Resort Rosa Kutor. Auch für Nina Lozes ist der Nebel unproblematisch. Es ist in Ordnung. Das ist ein Teil davon, Wintersport zu treiben. Deshalb ist das für mich als Skifahrerin normal. Wir machen keinen Sommersport, das ist sicher.